Moin Leute, ich bin Saludji und ich zeige euch heute wie man eine Pilzfarm baut. Also, für eine Pilzfarm braucht ihr einfach nur einen dunklen Raum und Pilze. Pilze kann man eigentlich auf allem auch anbauen, wie zum Beispiel Cobblestone, Cleanstone oder Erde. Das wichtigste daran ist nur, dass es dunkel ist in der Pilzfarm, weil sonst die Pilze kaputt gehen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Tschüssi.